Oha, da packt Liliana Nova ehemals Matthäus, aber in diesem heißen weißen Höschen noch einen drauf. Nach schwarzer Spitze präsentiert sich das Model, äh, die Businessfrau, heute ihren gut 17.000 Instagram-Anhängern so. Dabei wollte sie doch endlich seriös sein, aber so gelingt ihr das garantiert nicht. Model Fiona Erdmann fragte gestern via Facebook, wie sie ihre Haare färben soll. Die Fans waren sich einig, rot. Also back to red, schreibt sie und kurze Zeit später sitzt sie beim Friseur. Ich liebe meine Haare, schreibt Modeliana Ina Zarella über dieses Bild und setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Die Brasilianerin ist stolz auf ihr Land und freut sich auf die Weltmeisterschaft. Haarig wurde es auch bei Natascha Ochsenknecht dank der Haarverlängerungsfirma Great Lang. Klasse und super cool, schreiben ihre Fans dazu. Diese zwei strahlenden Gesichter posten Moderatorin Nina Mogadam und Freundin Cascada von einem wunderschönen Nachmittag zusammen. Und NDR-Moderatorin Judith Rakas hilft ihrem Mann beim Reitabzeichen. Heute erste Theorie-Stunde, schreibt sie zu diesem Facebook-Post. Das ist Liebe und damit bis zum nächsten Update.